hallo liebe griller freunde hier ist wieder eure griller queen und ich komme heute mal nicht mit essen um die ecke sondern mit einer überraschung für euch und für mich weil wir haben nämlich eine arpe auf dem hof stehen die hat der philipp und unser verein zur verfügung gestellt bekommen geschenkt bekommen wie auch immer von dem lieben bernd und das ist von der smoker dream aber da der philipp ja nie zeit hat habe ich gedacht ich klaue mir das ding einfach und gleich kommt ein bagger fahrer weil das passt hier nicht durch unsere einfahrt und der schleppt sie mir einmal rüber da oder überhebt sie mir über den garten die anderen wissen nichts davon ist mir auch egal kommt man mit ich zeige euch das mal hier ist das geile ding guckt mal das ist der oberhammer ich muss dazu sagen kommt das mal hier der klaus ist auch mit dabei und der klaus den werde ich jetzt nämlich anhauen ich wollte mich gerade erzählen ich habe noch gar nicht gesmoked und ich möchte mit euch zusammen auf die reise gehen die richtige nicht nur griller queen sondern auch die smoker queen zu werden und da werde ich mal den klaus anhauen ob er mal rumkommt und mal zeigt ihm ein richtig smoke und wenn sonst irgendwer hier in diesem video sagt weißt du was marisa da zeige ich dir auch mal gerne melde sich melde dich bei mir ich freue mich und zeige mir wie das ganze hier geht aber erst mal bin ich jetzt froh wenn gleich der wacker fahrer kommt und mir mein reißes neues pferdchen in den garten hebt damit ich irgendwie mal starten kann aber ich werde mal gucken wie das gleich aussieht wenn er kommt vielleicht zeige ich euch das normal wie das ganze hier abläuft und ob das alles so heimlich abläuft und keiner das hier mitkriegt bis gleich bis database bis zu Vielen Dank. Ich bin total happy. Vielen Dank an den netten Baggerfahrer. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber weißt du auch nicht. Ich weiß, wo ich den Bagger bestellt habe. Der Baggerfahrer ist anders. Patrick, Jens, wie auch immer. Dankeschön. Also jetzt habe ich hier dieses starke Gerät stehen. Und wisst ihr was? Ich würde es so gerne loslegen. Ich habe auch schon Videos geguckt. Ich habe auch schon ganz, ganz viele nette Nachrichten bekommen mit Infos, was ich machen soll, wie ich es machen soll. Aber ich würde es viel geiler finden, wenn sich irgendeiner finden lässt, der mir das Ganze mal hier zeigt. Und wir können auch gerne ein Video daraus machen. Ich habe da echt Spaß dran. Zeigt mir mal, wie man smoked. Ich will richtig, richtig gut smoken lernen. Und ich meine, mit so einem Gerät kann man ja auch nur Spaß haben eigentlich. Also Klaus müsste auf jeden Fall die Herausforderung schon mal annehmen. Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Aber ich muss ja öfter auch smoken und verschiedene Sachen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Ideen. Schlagt doch mal irgendwen vor oder schreibt den doch mal an und sagt, hier, guckt dir mal ein Video hier von der Grilla Queen an. Die brauchen mal ein bisschen Hilfe. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, also, vielleicht wird es was. Und Smoker Dream, ja, ich weiß. Du sollst dich da reinsetzen, meint ich. Ah, nee, da sind Spinnen drin. Oh, nein. Oh, ich hasse schon. Ich habe echt eine richtige Spinnenphobie. So eine richtige. Und ich saß hier schon drin und da sind Spinnen drin. Leider ist die Batterie alle. Ich würde so gerne mit durch den Garten fahren. Aber ich glaube, das hat Philipp extra gemacht, weil er Angst hat, dass ich hier alles kaputt fahre. So. Spinne? Ich kann doch nicht mal hupen. Schade. Ich habe jetzt gerne mal gehupen für euch. Oder geblinkt oder so. Aber Batterie ist leer. Macht nix. Macht nix. Ist nicht schlimm. Also auf jeden Fall kommt das von Smoker Dream. Dieser schicke Gefährt. Und die findet ihr auch bei Instagram. Ich habe die auch erst mal gestalkt. Finde ich ziemlich geil, was die hier so zurecht gebaut haben. Jetzt kriege ich noch Buchenholz. Das kommt irgendwie nächste Woche. Und dann bin ich eigentlich bereit, um loszulegen. Ich brauche jetzt nur jemanden, der es mir zeigt. Aber... Dann zeig dir doch mal, wie viel du raufpacken kannst da. Den. Guck mal, zeig mal, zeig den Leuten, wie groß das jetzt ist. Da passen ja... Krieg doch nicht mehr hoch. Nein. So. Ist riesig. Riesengroß. Also hier passt ein Schwein rauf. Ist gar kein Problem. Ich wollte ja jetzt so ein Oktoberfest-Special machen. Und eigentlich wäre es doch prädestiniert. Hier jetzt so schöne Haxe drauf oder so, kriegt man bestimmt hin. Aber ich brauche jemanden dafür. Finden wir schon. Also, wie gesagt, unterstützt mich da, meine tolle Community. Und schreibt die Leute an und sagt, helft mal der Grilla Queen beim Smoken lernen. Bis dann.